jo leute was geht hier ist wieder euer neon gelbes männchen und ihr seht ich schiebe gerade und das hat einen bestimmten grund denn ich habe meine steckachse gebrochen wie man sieht ja außerdem mein finger ist so dick und ein bisschen bunt das liegt daran weil ich mir den baum zertrümmert habe und deswegen muss ich jetzt erstmal zum röntgen wenigstens haben wir ein paar abfahrten geschafft und ich habe dann später dem kevin meine cam gegeben weil er noch fahren konnte und ich kann halt nicht mehr bremsen mit dem finger sendet ich bin ready let's go oh Gott oh Junge Alter ich kau gar nicht mehr, ist ja voll geil alter ich bin auch voll über den stein abgezogen da ready 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 wuhhh Nice, nice. Geiler Scheiß. Wenn man so blind fährt, ist das auch voll geil. 13,27, Todeszeitpunkt. Alle ready? Send it, buddy. 13,27, Todeszeitpunkt. Eben noch gesagt. Sende. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017